mit der lage da und mit dem rossi hallo haben wir ein bisschen hier wintertauglich noch angezogen ist ja doch recht frisch jetzt hier im wilden westen die pilzjacken rausgeholt die dicken jacken oh ja röcke die dicken röcke röcke zu der laterne werden dran zu seitlich hinten detektor messer auf der linken seite also das ist nicht mehr sagen pistole und es ist dann fangen wir an ja das ist eine neue mission die auch nicht kennt oder die kamen heute rin jede woche gibt es eine neue da sind wir mal gespannt da sind wir echt mal gespannt ja wie oft wir brauchen das zu schaffen ach komm mit profis genau jetzt haben jetzt alle drei sogar eine lizenz dafür wir dürfen das sogar wir dürfen versagen ok da habe ich jetzt spüren lizenz zum versagen was hatte predigerin alter sie gruselig auch was Es ist ein Sadist mit einem Schmerz mit einem Schmerz mit einem Schmerz, der mit einem Schmerz aus dem Flühen und dem Flühen kommt zu einem Schmerz. Er ist auf den Boden gekommen. Er hat sich nicht gesehen in einem Jahrzehnt, aber die Leute sagen, er hat einen Anruf für einen Schmerz des Schmerz des Schmerzs. Die Gruppe von ihren Schmerz sind in der Röneau in der Nähe des Annesberges, in der Nähe des Annesberges, wartet für ihren Schmerz zu sehen und zeigen ihnen den Weg. Maybe one of them has some information that will lead you to him, so he can face his own reckoning. Welcher ist der erste? Keine Ahnung, was als erstes kommt, ne? Ja, wir wissen ja gar nicht, was als erstes kommt. Also welcher? Nicht, dass wir falsch schreiten. Ja. Sonst wäre das ja eine Reihenfolge, glaube ich. Wir sehen. Hier ist doch schon was gelb-rot. Ja, ich bin verrückt und hast ein Problem damit. Hä? Wer schießt? Ach der, der Verrückte da oder was? Ja, der war crazy. Toll, jetzt kommen sie schon alle hier. Oder? Ja. Da, 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 da. Der ist noch ein Unbewaffneter, aber... Alter, wie sehen die denn aus? Creepy. Ha, ha, haher. Was haben diese denn für die gute Junge? Ich wollt's auch da einen haben. Da ist er, ich hab's eben, weiß, gar nicht gesehen. thank you hier auf dem pferd ist irgendwas noch achso was ist denn mit der die soll man aber schon ein paar fragen oder was was soll man denn mit der machen kannst du nichts machen oder was entferne die person ich wollte jetzt mit ihr spazieren reiten was soll man denn mit der machen ins feuer werfen du suche das da auch ja gut wir haben das lager sonst hier sieht hier auf einer hinweis aufblinken danke ihr das war mir so klar ich habe das kleider nicht hingekommen ich habe hier nach geplündert und nach hinweisen hingekommen hier ist glaube ich auch alles müssen glaube ich zum nächsten punkt würde ich da mal sagen das geht nur noch hoch heute ansonsten ich will ja nicht frisseln oder nö du hast mich auf deinem fährt glaubst entschuldige nö dann ab zum nächsten punkt mit dem ding hier kann man nichts machen ich habe keine ahnung ob es anzünden kannst einmal kurz drauf schießen zum test erst mal drauf baller so gehen wir hoch kommst du ich laufe wieso das ist ein stück hin ich muss auch so meine figur tun das ist der rock der die an sich keine falsche einstellung das hat hier erst ich wachs noch einmal bei dir mit zu reiten wehe und krachs irgendwo gegen und gleich krabum ich habe ein bisschen angst heute bei dir mit zu reiten sein pferd hat die falschen rufen drauf ups rechts einschleichen kann ich gar nicht so auffällig mit meinen klamotten Nein, du redest schon. Ich hätte es eigentlich weiß sein sollen, ja. Hä, was? Was ist Shepard? Was ist Shepard? Hinter euch ist noch einer. Wieso kann ich die nicht nehmen, die? Da nimmt so. Klündere den Leiden. Schwarz gebrannten. Na sonst, auch noch kein Hinweis weiter. Aha, da ist der letzte. Obermacker. Oh, die scheinen Hitze zu haben. Ja, da haben sie hier von Strauch. Kleinen, angedeuteten... ...weihnachtsbaum oder was da was da steht. Was soll ich denn da haben? Habt ihr was gefunden? Interessante? Ne, ne? Ne. Wir haben auch was zu so'ne... ...komischen Buchstaben mit Blumen verziert. Stehen hier rum. Oder was soll das sein? Holz? Das ist ja nicht das, was sie anbeten machen. Keine Ahnung. Ist ja Sektenzeichen da. Das ist ja auch so'ne. Ne, ja, oder was heißt... Wie hieß die Sekte? Gab's da einen Namen? Weiß ich gar nicht. Die Sekte des Blablabla oder... Keine Ahnung, ja. Der Typ ist schon vor diesem Klopper. Was? Ich stehe hier auf dem Weg und warte. Du bist eben die ganze Zeit gelaufen. Ja, bis zum Weg hier. Was willst du? Wohin, was? Was? Wohin, Wohin? Wohin, was? Weiß ich auch noch. Ne, macht er nicht. Macht er nicht. Kann er nicht. Ach, kann er gar nicht. Der ist nicht so wie wir. Er ist schlimmer. Oh, der ist noch viel schlimmer. Bis jetzt ist diese Aufgabe sehr merkwürdig hier. Man findet ja keine Hinweise groß, ne? Ne, muss das schon wieder jedes Lager abklappern. Ne, Alter. Da käme ich ja nicht. Gegen Verkehr. War dann auch noch leichter an Baumstuppen. Beinahe vom Pferd gefallen. Der Hirte ist bei der Haungräse. Wir sind gerade rechtzeitig. Andere Flussseite, oder? Scheiß. Da oben hoch. Da stehen auch welche. Der wird gerade getauft, oder was? Den da, der da in Dunkeln, den lieber nicht umknallen. Nicht erst, oder der. Wollen wir die da oben erstmal wegballern, oder? Joa, würde ich sagen. Ich weiß, den Dunkeln wirkt man nicht. Nur den Gelben. Genau. Den wollte ich eigentlich nicht leben lassen. Aber. Wird ja sein könnte, dass das der Priester ist, oder sowas. Ist hier irgendwie eine Höhle? Keine Ahnung, warum? Weil ich jetzt hier oben stehe. Mir werden in meiner Nähe drei Punkte angezeigt, aber da wo sie sind, steht keiner. Ja. Das scheint eine Höhle zu sein, nicht? Da unten, ja. Geht doch mal weiter. Ist ja nix. Da hinten ist aber irgendwas, ne? Der Gelbe. Hm, du musst die Plümmen um. Äh, wir suchen... Frau Walba... Hast du jetzt ne Info gekriegt? Ich denk nicht. Ja, jetzt haben wir einen neuen Punkt, wo wir hin müssen. Ach so. Okay. Autsch. Was war das? Schießt hier noch jemand? Oder was war das eben von? Das ist ja wie ein Pfeil, ne? Ja. Mhm. Da wird rot. Tatsächlich ein Pfeil gewesen. Der kam mich mit nem Bogen an. Ich denk euch das vom komische Geräusch. Piss dich auf dem scheiß Bogen, ja. 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 Da hab ich mir mal ausgebockt. Ich hab das wohl gesagt. Ich hab's dann. Oh du bist süß. Jetzt hab ich nichts mehr auf. Ja. Ich hab's dran. Ich hab's dran. Ich hab's dran. Ich hab's dran. Unser Pferd. Der sucht schon wieder Piss, weil wir dran vorbei, die geritten sind. Ich hab extra die Knarre weggesteckt, damit er die Fresse hält, aber nö. Ich glaub, das bringt nichts. Nö. Obwohl, ein Willen Westen ist doch ein Gewehrradians für Normalste. Was geht? Au, das war was. Der Krache macht, der Bumme macht. Ja, ich hab's gemerkt. Reitet man nicht so schnell. Der Gaul kann nichts ab. Okay. Na, easy. War ja auch easy vom einen Fett vom anderen springen. Das macht man doch auch mal so. Das ist doch kein Problem. Das macht man im Schlaf. Ui, dann wird's gruselig. Mit dem Schlafmann. Ja. So. Wo müssen wir denn hin? Das ist die ganze Ecke weggeentscheidend da. Ja, ist noch ein Stück, gell? Ja. 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 Da war doch grad so ein Zeichen an dem Baum. Nein, das ist ja schon rot. voll dein fuß in die fresse au was von wo also mit der machete junge geht das wieder los ja ein schwein pfeift die betont junge mit bogen die will also man kann die pfeile einsammeln die hier verschaffen wurden mal oben dort verdammte axel ich hab den nicht gesehen der mit dem buch nicht so weit weg sein alter schweden mensch die falsche klang bleibt da hinter kommt auch kommt schon ich sehe die nicht wieder da wo seid ihr denn alles schon ist alles von mit feilen ist ja war da der direkt gewicht war dann auch scheiße von vornherein müssen umgehen sollen ist du auf dem turm alter von wo schießt er mit die pfeile jetzt kann ich mal die fresse halten keine ahnung wurde auch die schweißer hier hoch ich wäre fast drauf gegangen Eben beim Winterwapsen Sind denn in der Höhle da drin? Ich seh die Gegner beim besten Willen hier nicht im Dunkeln, ey, das scheiß Wetter Warst du nicht eben schon oben auf dem Turm? Warst du vielleicht nicht, Tony? Nö, nö Achso, dachte ich... Mann! Au! Da muss ich halt dichter rankommen, wenn wir nie gesehen Da wirst du schon drunter? Okay, dann guck mal hier hinten ist auch ein Rad rotet und warum soll es nicht sein? So, und nicht, dass der aus noch einen Rücken fehlt Ihr habt ihn schon umzingelt, oder was? Ja, ich bin hier halt zu oben, hier ist aber nichts weiter Also, im Gegenteil seid ihr da, wo er sein soll Mhm, ich krieg den nicht Down Hä, ich kann den nicht mit dem Lasso? Ach, den musst du erst schwächen Steht doch da unten Okay Toll, bin gleich tot Wo? Lieg hinterm Haus, da steht der Vogel Achso, ich dachte, Lagida ist schon bei dir Ach, Mann, sag doch das Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja ne Scheiß hier Ich hab dich doch da liegen sehen, ich denke, oder warst du hinter der Mauer, draußen? Ja, ja, draußen, hinterm Haus lag ich da Achso, ich dachte, du wärst da oben gewesen, in dem Haus, die Leiter hoch und Lagida wär schon bei dir Nee, nee Direkt dann was missverstanden Oder missgedeutet, sag mal so Ich würd mal hier gleich absteigen und hier wieder außen rum gehen, guck mal wenn man da rumkommt Hier sind komische Zeichen anbauen Auf was schieße ich da? Ach, komm, na, na, na Alter, die, in den dunklen Klamotten haben die Strupp sägt die ganz Aber ziemlich spät, sag mal so Ah, jetzt haben wir so aber ganz gut weggeballert schon Aber ist schön, dass man hier die Pfeile einsammeln kann, wa? Den müssen wir erst schwächen, bevor wir den fesseln können Ja, wie können wir den streichen? Ja, anschießen solange, weil schlagen konnte ich noch nicht Und du kannst die auch nicht anspringen Boah Boah, den Lichtverhältnissen, ich seh die nicht echt Oder sehr spät, sag mal so Alter, was hält der aus, ey? Alter, was hält der aus, ey? Jetzt. Jetzt, dann Ich bin aber auch fast hinüber, alter Schwede Ah, ist schon Ja Gibt es hier unten irgendwas? hg munition gell they're all gone they're all gone my children of light help me is that still more munition? i'm getting the whole munition here oh 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 wait 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 no shit i see not i don't know why is he now wearing the sword has you a smacking Warum ist das hier so eine Sichtverhältnis, ey? Kann ja wohl nicht mehr angehört, ich werde fast sauen hier. Bei dir ist alles gut da oben, soweit? Ja, ja. Machst du ihm so ein Pferd schon drauf? Da muss noch drei Schüsse hin, scheiße. Wer schießt von wo? Dann schießt da schon wieder was. Ja. Ich seh ihn nicht, sag mal, was ist denn von den Lichtverhältnissen hier? Kann mir mal eine aufheben, bitte? Wo liegt der denn? Da dazu. Ja, auch wohl, links muss er sitzen. Pfeilebogen. Ja, komm, jetzt mach doch mal, Mädel. Äh, zu spät. Ähm, die haben einen fertig gekült. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt? Ich... sag mal... Von wo? Da ist der Sack. Ey, das gibt's nicht. Ihr scheiß Pfeile, Junge. Von wo, bitte? Da hinten auf den Berg, ey. Da wird die von der Reichweite mit Fallen und Bohren, ne? Toll, mein Pferd ist tot. Ja, kann ich leider jetzt nichts mehr machen. Habt ihr ein anderes Pferd schon, wo ihr ihn draufpacken könnt? Ne. Ihr seid immer noch da oben. Warte mal, ich versuch mal kurz was. Ich schieße immer mit Pfeile. Naja, die spawnen immer wieder. Die müssen weg hier. Ich versuch grad die Pferde von der Kutsche hier abzukriegen. Ah, die Kutsche, die ist nicht kaputt machbar. Wenn ich sie wegfuche, dann lebt die Kutsche Courote tropisch. Ah, was erklär. Uh das ... Bis zu weit wegführt, repatier sie ja. Im Alterや prescription. Haben wir jetzt keine Pferde hier oder was? Hier ist doch mein Pferd. nicht so einfach durch oder was ja mach mal wo ist dann noch was kommen doch da hinten von berg und von da wohl hin müssen da von da kommen sie immer das kommt mein pferdchen kurz ein bisschen leben hochpushen 2 hingegen schein auch keine von denen gewesen zu sein alter alter stufe 1 da möchte ich nicht stufe drei vier und fünf erleben irgendwann haben sie natürlich mit absicht gemacht jetzt mit dieser sichtverhältnis ich hab dir in den dunklen klamotten in den bischen gar nicht gesehen auch du wirst da permanent von pfeilen meine meine güte das war mein hauptproblem da ich die mal viel zu spät gesehen habe na gut mit dem mit mit der bolt hier mit zielfernrohr oder ging es einigermaßen naja wenn er ungefähr erst mal die richtung hat es ja aber zeitlich haben wir ja nichts hier keinen zeitdruck habt ihr ein pferd oder irgendwas zum nachkommen oder seid ihr schon das war schon nicht schlecht aber ein bisschen aufregen von der sache her gar nichts gesehen habe ich schon da meine güte fast 34 minuten die braucht ja ja gut einmal muss man neu anfangen das ist vorher drei punkte absuchen das kommt ja noch einiges zusammen was schon zeit dauert aber cool ja schön schwer da kommt jetzt auch noch einen dicken batzen sehen ja aber mindestens gleich 30 dollar ich war ein feuerchen gemacht bei dem wetter das verlebt doch noch doch das hat sich gelohnt ja gut das war mit stufe 1 mission machen war ja auch noch tagesaufgabe bei kopfgeld gab es ja auch noch ein bisschen gold zusammengezogen haben oder was keine ahnung ne ich glaube da mähen sie die normalen kopfgelder keine legendären ok achso das kann man ja auch noch mal machen ja gesuchte personen mit verfolgungspfeile spielerkopfgeld kassieren und adlerauge benutzen um einen zielpersonen zu verfolgen ja ok ja gut dann machen wir hier erstmal mit dem video schluss genau habt ihr mal ein schönes langes video ich würde mich würd sagen bis zur nächsten folge genau Juwes dahin schöne feiertage noch show ihre feiertage 隊 Ciao, ciao!